so und halli hallo zu einer folge halo wars wir machen ein episches battle hier bruder gegen bruder und wir werden sehen wer hier der bessere von uns beiden ist ich kann mir schon fast denken wer aber das sage ich an dieser stelle jetzt nicht und ja jetzt schalt mal einen gang runter ich weiß dass du dich meinst ja ja ich bin übrigens mit meinem bruder torben ja hallo ja du nimmst hier den panzer heini versuchts schön mit panzers mich hierzu weg zu waschen das könnte es allerdings aber ja also weiß es ja nicht aber wir spielen auf jeden fall auf dieser map tundra 1 gegen 1 mit dem sogenannten pups mobil in der mitte und wir werden schön sehen alien geschützt so ja möge der bessere gewinnen also viel glück ja 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 mal gucken so was wir auch noch an der stelle sein können also wer verliert ist der loser und darf sich das nächste spiel aussuchen denn dieses event nehmen wir wollen also dieses ja dieses event wird sich häufiger wiederholen und ein ja und der schlechte der darf sich dann halt das nächste game aussuchen damit es ein bisschen fair bleibt damit die siege sich gut verteilen was weiß ich wie man einen soll dass der sieger dann praktisch das nächst bessere game nimmt wo er dann halt ja überlegen ist da ich mal ja genau jetzt unendliche fortsetzen sollte haben wir einfach gesagt drehen wir mal das ganze um der verlieren einfach mal mit der entscheidung belohnen genau so machen wir das ja 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 alex und schon so ein paar sachen ausgehackt hier ja ich hab schon zwei eine zweite base mit drei kasernen jetzt push ich schön raus so schnell geht das hier alles ja nicht erst richtig im allgemeinen wie findest du taktik spiele so auf xbox ja wenn ich ehrlich bin auf xbox ja eigentlich nicht so der fan von hallo was zu seiner der wenigen titel die man doch ganz gut spielt ganz klar ist ja das maß aller dinge ja das stimmt durch genauso aber was ist eigentlich perfekt so für so ein eins gegen eins ja richtig ist doch einfach zu handhaben und so schnell wieder drin ich habe lange nicht mehr gespielt eine ganze zeit lange ich recht aktiv und jetzt letzte zeit eigentlich nicht mehr so nein ich war es gar nicht mehr da ist ja wie fahrrad fahren oder lernt man nicht ich habe vollständig feindlicher angriff Lokale Einheiten. Ich gehorche. Sofort. Zitadellen-Erweiterung vollständig. Lokale Einheiten. Bin schon weg. Sind schon unterwegs. Okay. Lager aufgerüstet. Oh Gott, ich fahr durch die Mitte, oder was? So geil. Ach nein, warte, das machen wir jetzt anders. Lokale Einheiten. Wird erledigt. Feindlicher Angriff. So. Lokale Einheiten. Bin auf dem Weg. So, ganz schön still hier, ne? Bist du ein bisschen konzentriert, Tom? Ja, das ist richtig. Das sind so jetzt die Momente, wo... Wo es drauf ankommt, sag ich mal. Ja. So kann man das sagen. So. Ha, da fällt so ein bisschen ein bisschen Fail. Ich schau jetzt nicht, was ich meine, aber... Was ist das denn jetzt hier? Ich hab' denen doch Befehl erteilt. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ihr werdet brennen. So. Noch Fail. So, und jetzt hab' ich ein bisschen die Kacke am Dampfen, glaub' ich. Lokale Einheiten. Ich schätze, ja. Ich schätze, ja. Ich schätze, ja. Einfach passiert. Es ist einfach zu schnell gelaufen. Ja, ich bin raus aus dem Spiel. Bist du? Ich... Ich kann's einfach nicht mehr. Ich hab's... Es ist nicht wie Fahrrad fahren. Wenn du zwei Sekunden verpennst, hast du das Spiel verloren. Einfach so. Es ist einfach so. Du bist schon, dass du jetzt noch ein Assner Ärmel und bash mich jetzt. Nein. Definitiv nicht. Ich hab' nichts, Alex. Nein? Lohnt sich nicht. Ja gut, Torna, kannst du vielleicht währenddessen ich dich hier schon ein bisschen bashe, auch ihm erzählen, was wir als nächstes spielen? Oder? Wollen wir noch bis zum bitteren Ende durchziehen? Ich werd' das nicht schaffen, weil das ist einfach... Das ist einfach überlegen. Das ist einfach zu schnell. Das ist einfach zu schnell. Das ist nicht sehenswert. Das tut mir auch fürs Publikum leid, was hier grad abgeliefert wird von mir. Das ist... Ich möchte mich wirklich zutiefst dafür entschuldigen. Das war ganz, ganz grottig. Ich dachte, hier kommt jetzt ne Show, wir machen jetzt ne große Schlacht oder so, war ein bisschen am aufrüsten. Ah, das ist wie ein Starcraft-Tor. Aber nein! Aber nein! Nach sieben Minuten ist das Ding entschieden. Einfach entschieden. Nach sieben Minuten hat's nur gedauert? Ja, richtig. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, das ist... Ja, ist ein bisschen fies, ne? Aber... Ja, Thomas, spielen wir das nächste Mal? Also für das nächste Mal? Ja, das ist so ne kleine Überraschung. Die werden wir, glaub ich, auch für der nächsten Folge einfach mal ganz spontan in die Runde werfen. Ja, glaubst du wirklich? Ja. Ohne Vorbereitung für mich? Ohne Vorbereitung für dich. Und... Ja, also ich sag nur so viel. Also ist... Ist doch ne... Ja, doch ne schöne Serie davon. Also... Ja, ich glaub ich weiß schon was du meinst. Aber... Seid gespannt. Äh... Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Battle haltet, was auch immer. Eigentlich, äh... Wissen wir ja schon wie das Ganze ausgehend wird, nach der 10. Folge. Ja. Ich will auch eben sagen, vielleicht ist Serie auch der falsche Begriff. Vielleicht ist das ja auch mehr so... Äh... Ein Kult. Ein... Äh... Also ein guter Klassiker. Es gibt eine große Gemeinschaft von Fans. Sag ich mal so. Ja, gut. Und ich glaub damit, äh... Entweder sagst du jetzt einfach aufgeben, ich gewinne oder ich mach dich hier noch fertig. Einfach vorbei. Ja, bevor wir noch hier... Und... ...durch nicht Zeit verlieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Und, äh... Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und verfolgt uns ruhig auf Facebook und so. Da sind wir auch neuerdings... Oder neuerdings nicht, aber da sind wir auch aktiv. Und... Abo drücken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.